So, wir sind wieder da. Trautes Heim mit Glück zu zweit. Ein bisschen holprig gewesen der Flug. Und noch Staub auf der Rückfahrt gehabt. Halbe Stunde ungefähr. Es ist jetzt Viertel nach eins oder so. Unsere Postkarte ist auch angekommen. London 2018. Wir haben uns lieb. Finde ich irgendwie ganz cool. Aber jetzt fängt langsam an der Adrenalinspiegel zu sinken. Und es fühlt sich alles gerade ein bisschen komisch an, weil wir haben so viel Platz. Unsere Wohnung ist einfach riesig. Immer so nebenbei. Und ich freue mich jetzt echt aufs Bett. Ich räume nur einen kurzen Koffer aus. Und dann... Tschüss. Es war der Hammer. Hammer.